Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute eine neue Episode der Noppigen News. Und zwar gucken wir mal, was es wieder an Neuheiten und Ankündigungen bei Bluebricks gibt. Ja, es hat sich nämlich wieder einiges getan. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Und zwar sehen wir hier ein paar Neuheiten. Die Kriegsgeschichten von Kobi lassen wir mal außer Acht. Und zwar ist der Star Trek Kommunikator verfügbar für 14,95. Ein sehr, sehr lustiges Teil, wie ich finde. Ist jetzt auch endlich da. Das heißt, die Star Trek Line ist jetzt, glaube ich, die erste Welle komplett, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Dann haben wir hier das Star Trek Klingonen. Also dieses komische Messer. Und was haben wir noch? Wir haben den Phaser Typ 2. Den werdet ihr demnächst bei mir sehen. Und wir haben noch aus der Next Generation Reihe den Star Trek Phaser Typ 2. Ich verlinke euch die Dinger in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr den Link gerne nutzen. Ist ein Affiliate-Link. Ihr wisst es, ihr unterstützt damit meinen Kanal. Und ja, dann haben wir hier sehr, sehr cool Science-Fiction gepanzerter Mannschaftstransporter APC. Bekannt aus dem Film Aliens. Einer meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Filme. Der wohl beste Alien-Film überhaupt. Und dieses Teil werdet ihr auf meinem Kanal demnächst sehen. Es dauert nicht mehr lange. Das wird kommen. Dann haben wir hier die Neuheiten, die ich euch schon vorgestellt habe. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem Part, der am interessantesten ist. Und zwar die Ankündigung. Da sind nämlich echt ein paar richtig coole Geschichten unterwegs. Da gucken wir mal rein. Also, da hat sich schon wieder einiges getan. Einige Kakteen sind hier jetzt verfügbar mit Tierköpfen unten drunter. Brauche ich alles nicht. Ein Autokran. Ein Schlachtschiff North Carolina von Panlos. Schlachtschiff Bismarck. Flugzeugträger Hornet. Also einige Schiffe, die hier kommen. Für alle, die auf Schiffe stehen. Dann haben wir hier Spinosaurus, neue Dinos. Sieht auch sehr gut aus. Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Sondern hier sind auch wieder ein paar neue Autos. Zeige ich einmal der Vollständigkeit halber. Gehen wir uns mal hier den japanischen Sportwagen angucken. Meistens basieren die auf irgendwelchen Filmen. Ist das hier Fast and the Furious Teil 3? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich die Filme, ich glaube, Teil 1 bis 3 habe ich einmal gesehen. Aber ich weiß nicht, da sind sie doch, glaube ich, in Japan, oder? Sind sie da in China im dritten Teil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu den Sachen, die ich wirklich richtig interessant finde. Ich sammle ja die Helmkollektion von Lego. Die ganzen Marvel und Star Wars Sachen. Und da kommen jetzt hier wirklich richtig coole Helme. Und zwar ein Spartaner Helm, wie wir es aus dem Film 300 kennen. Und wenn ich die Seite dann mal laden möchte, geht es weiter mit einem Römerhelm. Finde ich auch wirklich gelungen. Also da werde ich wohl definitiv zuschlagen, weil mir das wirklich echt gut gefällt. Und nicht nur das, jetzt kommt das absolute Highlight der ganzen Geschichte. Und zwar Gladiator war meine erste DVD damals. Ich glaube, ich habe für das Ding 69,95 bezahlt. War mein absoluter Stolz. Meine erste, nee, meine erste Blu-ray, oder? Meine erste DVD? Ich weiß es gar nicht mehr. Also meine erste DVD war Kiss Second Coming. Das weiß ich noch. Da habe ich mich so drauf gefreut. Und deswegen wollte ich unbedingt einen DVD-Player haben, weil es halt diesen Kiss-Film gab. Und ja, da musste ich einen DVD-Player haben. Ich weiß nicht, aber Gladiator war, glaube ich, das erste Teil, was ich mir selber gekauft habe. Ich weiß noch nicht mehr, ob... Nee, Blu-ray war es nicht. Ich glaube, war es Blu-ray. Ach Gott, bevor ich jetzt weiter mich misslabe. Auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gut daran, diese DVD-Ray gekauft zu haben. Und fand das mega, weil es war so ein cooler Film. Ich habe ihn schon im Kino gesehen und der Film war wirklich grandios. Also der Helm definitiv bei mir gesetzt. Und dann gehen wir weiter. Ja, ich hoffe, sie sind in derselben Größe wie die Leo-Helme. Das würde mich sehr freuen. Im selben Maßstab. Jetzt kommt was richtig Geniales. Und zwar Piraten. Ich finde Thema Piraten mega cool. Das ist wirklich sehr genial, dass da jetzt was kommt. Da werde ich auch wahrscheinlich definitiv das bauen. Erstmal die Farben, die hier dabei sind, sind schon mal sehr genial. Die Palmen sind echt cool gemacht. Dieses Gebäude dahinter, das werde ich vielleicht sogar ein bisschen ummocken und dann für meine Stadt nutzen. Das ist wirklich, ja, ziemlich cool. 961 Teile. Man kann das Ganze anscheinend auseinander nehmen, mit anderen Modulen ersetzen. Da gibt es jetzt nämlich noch zum Beispiel die Pirateninsel. Insel, Insel mit Floß. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Alles gefällt mir wirklich richtig gut. Schöne Idee. Ich hoffe, da kommen auch viele coole Sets. Das würde ich echt gut finden. Das Piratenthema mag ich wirklich super gerne. Und auch hier Gouverneur Insel. Sieht auch richtig cool aus, wie ich finde. Wirklich schöne Sets. Also ich hoffe jetzt, dass da nicht nur Inseln kommen, sondern auch mal irgendwas anderes. Das ist echt mal, ja, genial. Finde ich mega gut. Bin sehr, sehr gespannt, wenn die Sets kommen. Ich denke mal, ich werde sie definitiv bauen und euch zeigen. Weil da habe ich wirklich Bock drauf. War nämlich damals auch eine Überlegung, ob ich eine Art kleine Piratenstadt baue. Oder halt dann, ja, in diese Richtung gehe mit den Zombies und den Geistern. Habe mich dann am Ende dafür entschieden, weil Piraten, ja, irgendwie so vom Thema her so wenig zu kriegen ist. Aber jetzt anscheinend ändert sich das. Finde ich schon mal sehr gut. So, dann haben wir hier einige Kobi-Geschichten. Panzer, bis der Arzt kommt. Und dann war es das schon. Warum? Weil das habe ich euch im anderen Video alle schon gezeigt. Jetzt gehen wir aber nochmal zu einer Sache, die hier gar nicht mit drin ist. Da bin ich ein bisschen verwirrt bei den Ankündigungen. Gehen wir zu Blue Bricks Pro. Gehen wir zu Star Trek. Und dann schauen wir nämlich, das hier oben kennen wir alles. Da seht ihr, alle sind mittlerweile verfügbar. Außer die 1701A in der Midsize. Die ist nicht mehr da. Aber jetzt gucken wir uns das an. Die zweite Welle ist nämlich angekündigt. Oder dritte Welle, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall irgendeine Welle. Und zwar ist das hier ein romulanischer Warbird. Das finde ich auch richtig gut. Da bin ich mal auf eine Umsetzung in groß gespannt. Steinefarbe sehr schön. Olive gefällt mir schon mal. Allerdings muss ich jetzt sagen, es ist ja ein kleines Mini-Modell. Und die werde ich mir gar nicht holen. Aber auf jeden Fall kommen da einige Teile. Das ist hier die USS Rilliant. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Keine Ahnung. Ja, habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Zornes Kahn war sie anscheinend zu sehen. Habe ich nie gesehen. Habe ich absolut optisch keine Verbindung zu. Dann haben wir hier die 1701A. Die kommt jetzt auch in der Mini-Size. Ist wirklich gut getroffen, muss ich sagen. Und auf das Ding. Das ist das Teil. Ich glaube, in irgendeinem Video habe ich es erwähnt. Dieser klingonische Schlachtkreuzer. Den hatte ich damals als Modell von Revell. Und das Ding finde ich optisch richtig cool. Und da freue ich mich sehr auf eine große Umsetzung. Weil das ist wirklich mal ein mega cool designtes Raumschiff. Und da warte ich definitiv auf eine große Variante. Oder eine Mid-Size-Variante. Werde ich mir dann definitiv holen. Weil ich das Schiff damals schon mega genial fand. Ich war kein Star Trek Fan. Habe mir trotzdem dieses Raumschiff als Modellbausatz geholt. Mega. So, Star Trek Earth Space Dock. Auch sehr, sehr cool. Gucken wir nochmal in groß. Aus welchem Film das ist. Auf der Suche nach Mr. Spock. Das ist ein kleines Space Dock. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch die USS Deviant. Da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt auch gucken, woher die ist. Die ist aus Deep Space Nine. Okay, alles klar. Sieht auch für die Größe wirklich witzig aus. Ich kenne das Original nicht. In demnach kann ich da nicht allzu viel zu sagen, ob das gut getroffen ist oder nicht. Ich bin so eher in der klassischen Enterprise unterwegs, was ich noch so, wenn überhaupt, kenne. Sehr cool. Also auf jeden Fall neue Star Trek Sachen in der Ankündigung. Demnächst kommen ja wohl auch noch größere Modelle. Da bin ich persönlich wieder sehr, sehr gespannt. Ich muss gestehen, ich bin jetzt echt ein großer Fan dieser Star Trek Reihe geworden. Auch wenn ich keine Bindung zu der Serie oder dem Film groß habe, außer zu den neuen Verfilmungen, finde ich die Raumschiffe echt Granate. Und ich finde, es macht so viel Spaß zu bauen. Und die sehen wirklich echt gut aus. Also ich überlege auch ernsthaft, ob ich mir irgendwann noch die große D hole, obwohl die halt sehr, sehr klein im Verhältnis zur 1701 ist. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Also ich finde es irgendwie, es hat mich ein bisschen, ja, angefixt, wie man so schön sagt, dass ich da jetzt wirklich Bock drauf habe. Gut, das war aber das, was ich euch zeigen wollte. Viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht. Demnächst geht es weiter mit einem, ja, tatsächlich neuen Stadtupdate. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, jetzt dreht er völlig durch. Kurz hintereinander wieder ein Stadtupdate. Ich sage mal so, ich kann es. Demnach mache ich es. Ja, nee, ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen weitergemacht. Nachdem ich das andere Video fertig hatte, habe ich noch weitergebaut und weitergebaut und habe da wirklich jetzt am Friedhof ein bisschen was geschafft. Werde aber noch ein bisschen weiterbauen, bevor das Video kommt. Und es sind neue Sets unterwegs zu mir. Da auch demnächst zu mir. Im Moment habe ich gerade fast nichts zum Bauen da, außer ein bisschen Lego. Und die Razorcrest lässt noch auf sich warten. Ich baue sie gerade wirklich Stück für Stück weiter. Es ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, das Set. Hätte ich nicht gedacht. Aber ein sehr, sehr cooles Set. Dazu demnächst mehr. Ich hoffe auch noch, dass bei mir irgendwann das Europalager bestückt. Wäre natürlich noch besser. Dann könnte ich das im Video sogar verkünden. Aber bisher ist da noch nichts angekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann sind wir auch durch mit der ganzen Sache hier. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne einen Kommentar, was ihr von den Neuheiten haltet, die da unterwegs sind. Und die Ankündigung würde mich interessieren, wo ihr jetzt euren Fokus drauf legt und sagt, ja, da warte ich auch drauf. Die Mini-Modelle von Star Trek sind das Beste auf der Welt. Oder ihr habt, keine Ahnung, auch Bock jetzt auf die Phaser. Schreibt es mir rein. Bin gespannt auf eure Meinung. Und ja, demnächst dann wieder eine neue Ausgabe von Noppigen News. Sobald es wieder Neuheiten gibt. Ich versuche es jede Woche zu machen. Allerdings kommen auch nicht jede Woche krasse Neuheiten. Bei mir hat es so gut wie gar nichts gehabt. Und Lego, ehrlich gesagt, hat auch nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Demnach ist es Blue Bricks, die momentan viel Aufmerksamkeit erhalten von mir. Mal wieder. War ja eine Zeit lang mal anders. Da war bei Blue Bricks nicht so viel los. Jetzt kommen wieder wirklich viele, viele schöne Sachen. Demnach, lasst ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als die Noppensteinstube sagt Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017